Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey, die Adresteia hat uns jetzt nach Makedonien Aufstieg eines Imperiums vorgebracht. Wir haben hier oben noch einen kleinen Aussichtspunkt, den synchronisieren wir natürlich eben und dann reisen wir geschwind mit unserer guten Adresteia. Weiter zu Brasidas. Ich hoffe, wir haben nachher hier auch irgendeinen Ort zum Runterspringen und sonst wird es auch wieder genauso lange Abstieg. Ihr Aufstieg. Oh Gott, wie weit ist denn das noch? Oh Gott. Komm schon, Kassandra. Du schaffst das. Kannst du, kannst du, doch. Du kannst ja doch. Zack. Ähm... Alle 50 Leder. So, kannst du dich doch sehen lassen. Muss ich auch mal irgendwie lohnen, wenn wir hier hochkraxen. Sehr schön. So, und synchronisieren. Ja, wir sind hier echt hoch hinaus. Wenn ich sogar vielleicht an dem höchsten Punkt im Spiel bin. Keine Ahnung. Bergathos. Unser Ziel ist halt da hinten. Also, Kassandra, ich hoffe, du... Oh, du bist echt ein bisschen zu flau im Magen. So, hier noch ein kleines Olivenbäumchen mitnehmen und da packt sie auch schon unser schönes kleines Schifflein. Da hinten springt ein Wal und freut sich seines Lebens. Tag, Minas. Geht weiter. So. So. Ruderer auf Position. Watt? Ne, ich habe jetzt siegeln. Schneller. Los, komm. Hau, kommt hin. Ruder Tempo. So, bis jetzt. Bereit. Weißt du was? Die Mischung noch mal ebnet und helfen unseren spartanischen Freunden. Oh, da ist unser Ziel. Das nehmen wir auch gerne mit. So Freunde, das kriegt ihr alleine hin, ne? Das letzte kleine verbliebene Athena-Boot da hinten. Wir sind außer Gefahr, deshalb sollten wir aber nicht unvorsichtig werden. Woher? Bruder, bereit! Jetzt noch ein bisschen Schiffsbruch bei, oder? Wacht schneller! Haltet das Tempo! Mach dort fest! Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Ja, ist okay, Pyrodotus. Es gibt so viel zu tun und so viel mehr zu verstehen. Oh, hier gibt es auch nochmal einen Adlerpunkt da oben. Komm, den holen wir uns noch eben mit. Asklepion! Da kommen alle, hopp, hopp, hopp. Da oben drauf, okay. Wird die grad die Stufe klettern? Ah ja. So, ein Schnellreiseort mehr. Hier ist sogar ein Schmied, viel praktisch. Hallöchen! Brasidas, du bist hier. Meine Nachricht kam an. Ich hörte von Pylos. Geht es dir gut? Ging mir schon schlechter. Wir haben ganz andere Probleme. Also, ist Kleon ein Amphipolis? Irgendwo. Und gerüstet heißt es. Heute kämpft er um sein Leben. Er wäre gern der Held. Die Athener können jetzt nicht mehr viel von ihm halten. Und nach Pylos? Was ist passiert? Die übrigen Spartiaten fanden mich und ließen mir Zeit zur Erholung. Die nutzte ich. Aber dein Bein? Du bist aus der Schlacht verschwunden. Ich wurde gefangen genommen und nach Athen gebracht, wo mich Demos und Kleon verhörten. Sie töteten dich nicht? Sie wollten es. Das ist unsere Chance, Brasidas. Heute töten wir Kleon. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Du verschweigst mir irgendwas. Die ist ein bisschen so auf uns, oder? Ich bin wegen Kleon hier. Belassen wir es dabei. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist Spartanerin. Du solltest wissen, was Treue bedeutet. Ich bin hier, oder nicht? Wir kämpfen denselben Kampf. Das musst du noch beweisen. Das tue ich jetzt. Wir verschwenden Zeit. Athen sammelt seine Verstärkung. Wir müssen jetzt angreifen. Gehen wir. Malacke. Was hatten die ja? Heute geben wir alles, was wir haben. Wir geben nicht auf. Ja. Wo geht es denn hin? Ja. Wo geht es denn hin? Die Athener sind hier. Spart die Arten. Vorwärts. Schützt sie auf der Mauer. Wir müssen sie abschieben. Nein. Götter. 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 교 das ist eine komische schlacht hier wieso schießen mädel was ist das wo bist du dass wir hier nicht alleine quasi wo es lang geht jetzt kommt ein söldner jetzt ein bisschen die gehen mit auf den der Einzündner weniger wieder auf der Liste. Okay. Ich muss schneller als einsammeln. So kostengünstig kommen wir nicht mehr an Geld an. Naja, viel ist ja auch nicht. Okay. Helfen wir mal den anderen. Wartet auf mich Freunde, lasst mal einen übrig. Was für eine schöne Schlacht hier. Was für eine schöne Schlacht hier. Halt! Halt! Jetzt nehmen Sie doch mal das Schild, Mensch und Skindes. Ich muss mich hier neu ansetzen, oder was? Ich will das auch mal zu Ende bringen, die Schlachten hier. Wir sind aber mal gut hier. Du bist Krieg! Nee. Nein, 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 nein. Kassandra, jetzt mach doch mal was. Oh Gott, oh Gott No Okay Du nimmst immer alles so Persönlich Hä? Cleon hat den jetzt Ach, come on, ich hätte da jetzt noch weiter geholfen Komm Cleon Das machen wir jetzt unter uns aus Nun, zu deinem Pech ist er das Doch, jetzt schon Du brachtest ihn gegen uns auf Meinen eigenen Bruder Wir bauten Demos auf Wir machten ihn groß Unaufhaltbar Jetzt ist er ein Monster Dann kämpf an seiner Seite Lehre ihn Du könntest wieder mit Demos vereint sein Sein Name ist Alexios Ich bitte dich Die Welt ist geteilt, Cassandra Und wir vereinen sie Halt dein scheiß Maul Meine Hände sind leer Hab mit Leid Können wir den jetzt einfach bitte töten? Hm Du stirbst, wie du gelebt hast Wie ein Feigling Ich bin noch nicht fertig Man wird mich nicht vergessen Ich bin noch nicht fertig, man wird mich nicht vergessen Ich bin noch nicht fertig, man wird mich nicht vergessen Du bist die Erinnerung nicht wert Na endlich Können wir das noch irgendwie confirm So mit Kopf ab oder so Es ist vorbei Myrina muss wissen, dass Cleon nun tot ist Und Brasidas Ich hätte schneller zu Demos kommen sollen Tut mir leid, mein Freund So 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 sind wir da hinten noch am Kämpfen? Ich habe hier einen Anführer Der ist jetzt tot Neues Quest Wo alles begann? Nee, die sind hier hinten auch fertig Hey, wir sind da noch Bleib stehen Ich habe frohe Kunde Der Anführer der Ach komm, lass mich in Ruhe Wo? Hm Wo denn? Wo ist der Söldner? Wo ist der Söldner? Oh Ein gutes Gefühl Wo ist der Söldner? Wo ist der Söldner? Wo ist der Söldner? So Next Was ist das eigentlich für ein 14 von 40? Gibt es 40 Söldner mit meinem Level oder was? Heutzutner mit meinem Level oder was? Ihr Meere H уб Ja Undurchdringliche Wir haben auch soviel gekillt Die müssen doch nicht mal irgendwo auftauchen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Also hier oben wird zumindest mal ein Kopfgeld. Was wir mal loswerden könnten. Oh Gott, ob wir in einer spartanischen Provinz oder was? Ich wieder ein Glück hier. Los! Bleibt in der Wege! Na ja. Aber das Kopfgeld. Also der Kelm mit dem Kopfgeld müsste weg sein, oder? Wo willst du jetzt hin? und ich wollte das klingt dann heimlich aber nein gewurzelt sich ja hier auf ein auf laut machen herrkotin erich so also kopf gilt müsste weniger sein quests wo alles dran zornig und kampfmüde kehrte kassandra nach sparta zu mirene zurück ihre feinde hatten viele ihrer liebsten getötet und nun war es zeit sich im größten feind zu stellen ihrer vergangenheit wieso klingt das so als ob ich hier irgendwie vor dem mega sprung in der story auf einmal gemacht habe da hinten gut höchstern ich mache eine schnellreise wahrscheinlich da so hin und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten folge bis dann macht's gut ja 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 ja